so heute will ich euch eine wanderung empfehlen ins beschauliche kurin und start soll sein britzbahnhof dort kommt man mit dem regio gut hin aus berlin und zwar fährt man richtung stralsund und steigt in britz aus die wanderung von britz ist etwa sechs kilometer lang man geht also wenn man aus dem bahnhof rauskommt so fast geradeaus in diese querstraße rein an einem verfallenen gebäude entlang und dann immer hier entlang an den bahnschienen vorbei so nebenher es dauert auch nicht lange 500 meter in etwa dann kommt der wald und dann ist das der reine waldweg ja dann geht man hier diesen gut ausgebauten wanderweg entlang hier links sind die bahnschienen man kann alternativ auch bis kurin fahren dann hat man circa drei kilometer wanderweg bis zum kloster oder von britzen circa sechs kilometer dann geht man einfach immer diesen weg entlang und schon kommt man in kurin raus hier kommt man dann in kurin raus aus dem und jetzt ist es auch gar nicht mehr weit bis zum kloster man kann übrigens auch mit dem auto hierher fahren und zwar auf der a11 richtung brenzlau es gibt direkt eine abfahrt die heißt kurin ja kurin ist eine kleine beschauliche gemeinde im landkreis banin liegt 55 meter über meeresspiegel hat 2320 einwohner in etwa und ist vor allem bekannt durch sein sister's jenser kloster und da wandern wir jetzt hin ja so die wanderung durch kurin ist auch für kinder attraktiv man kommt an hühner stelle vorbei wo man eier kaufen kann und hier ist zum beispiel eine mini golf anlage und die wege sind auch für kinder gut machbar muss jetzt nicht großartig klettern oder es sind gut ausgebaute straßen die wenig befahren sind oder wanderwege ja auf dem weg zum kloster kommt man an einigen restaurants und cafés vorbei und auch am amtssee der hieß früher kurinasee und ist circa 13 hektar groß und etwa 6,5 meter tief also ganz schön flach bekannt wurde der kurinasee da die mönche im 13 jahrhundert am südufer das ist das jender kloster gebaut haben und die klosterreste zählen heute zu dem bedeutendsten bauwerken der backsteingotik in brandenburg ja jetzt gehen wir einfach hier einmal um den see herum und dann kommt man auch schon direkt am kloster an im sommer kann man übrigens auch in dem see baden gehen es gibt am anderen ufer dort an der anderen seite einen kleinen steg mit badestelle also wen es zu warm ist der kann sich hier auch ein bisschen erfrischen durch die bäume kann man schon die gemäuer des klosters erkennen für kinder sind hier auch schautafeln angebracht leben am see und leben im see in der mitte vom see ist eine insel so da ist es das kloster ja was kann man darüber sagen es wurde 1258 von einem askanischen markgrafen gegründet und es ist jetzt hier etwas baustelle ringsherum ist einfach nur natur hier wurde noch ein denkmal stehen gelassen und dort müssten jetzt fledermäuse drin dort hinten sieht man die mauern vom kloster ok jetzt gehen wir einfach einmal ringsherum ist der alte friedhof und jetzt sind wir an der anderen seite angekommen wer nicht mehr gut zu fuß ist kann auch mit dem auto hierher fahren es befindet sich ungefähr 500 meter hierher von hier der große parkplatz ringsherum ist hier ein weitläufiger park mit bänken kann man auch ein picknick machen ja jetzt das kloster von der anderen seite im 19 jahrhundert ist es halt dem verfallpreis gegeben worden und danach erfolgte aber die sicherung der ruin und die teilweise rekonstruktion der gebäude unter karl friedrich schinkel ja und heute ist das kloster als Sieg Baudenkmal und auch ein Veranstaltungsort. Hier findet zum Beispiel im Sommer immer der Corinna Musiksommer statt. Wie das Ganze von innen aussieht, das könnt ihr euch ja dann selbst anschauen. Und wer da noch nicht genug gewandert ist, der kann hier einmal die Straße überqueren und mit den Kindern in die Weinberge gehen. Die Weinberge, das ist ein Naturlehrpfad. Dabei handelt es sich um einen Rundweg mit verschiedenen Stationen.